Musik 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 Bei uns geht die fliegende Holländer Geschichte um eine Reibung zwischen jungen Soldaten, die sich bereit machen für ein ruhmreiches Leben auf Hohem See und eine Welt von den Untoten, Geistern, die Soldaten von den Holländern. Musik 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 Was mich fasziniert, ist natürlich diese Verbindung zwischen Sente und Holländer. Musik Musik Sente ist eine Außenseiterin. Sie will keine Munitionen basteln, wie die Mädels machen. Sie will nicht so werden wie eine von diesen Kadetten. Sie findet alles so bodenlos und leer. Musik Für mich ist der Kern der Geschichte eine Art von Heimatslosigkeit. Musik 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 Es geht um die Suche so heimatslose Menschen oder Menschen, die dieses Kern oder Bedeutung nicht gefunden haben, wie die das suchen und letztendlich finden. Musik 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 UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG